Hallo Leute, dieses Lied geht jetzt um euer Arschloch, besser gesagt, das hintere Auge. Wenn wieder mal, wenn wieder mal dein Arschloch juckt, oder zu brennend dann angefangen hat. Hey, das ist doch gar kein Problem, das geht doch ganz, ganz schnell. Wenn du alles bei dir hast, du ziehst die Hose einfach runter. Nimmst ein bisschen Creme auf die Hand und schmierst deinen Arsch. Hey, dein hinteres Auge, dann mit der Hand, ganz galant. Du schmierst dein Arschloch rein, denn es ist trocken. Es rührt sich dann bei dir immer wieder mal. Zuerst da dachtest du, es ist was anderes hier. Das wär gar nicht mal so phänomenal. Zuck das Arschloch hier, hier bei dir. Nimm ein wenig Creme, schmier es ein bei dir. Und wenn das nicht reicht, mach dir auf den Finger drauf ein bisschen Creme und nimm dann seinen Lauf. Schieb ihn ganz toll rein, schieb ihn rein, in dein hintes Arschloch, dann hinein. Ein bisschen Creme schmieren von innen und von außen. Hey, das muss mal sein. Guh бер German. Jag litres Dat